Komm, schmeiß noch mal einen Scatter nach. Das wärs jetzt. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut, Mann. Das nehmen wir mit. Sieht sich, sagt er, wir bleiben noch ein bisschen drin. Komm, jetzt noch einen Scatter nachschmeißen, Alter. Das würde schmecken. Alter, als ob. Komm, die Freispiele, die müssen gut sein. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Bitte nicht wieder so viele Daerspins. V-20, wichtig. Noch mal 201 drauf, schmeckt. K auf 2, schade. Wild auf 3. 9 auf 1, okay, schade. Viel zu viele Leerspins. 100 X wenigstens mal. Ja, auf jeden. Wenigstens mal wieder ein bisschen. Wenigstens fürs Feeling. Weißt du, wie ich mein? Ah, Digger, der Rote auf dem Dritten. Das hätte so reingeknallt. Was ist das eine Freise gelzeraye? Nichts? Ja. Vielen Dank.